ja willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück an die klappe ich mache ein intro so let's play fallout 4 in der letzten folge haben wir glaube ich für diese alte name hier die mission erledigt da haltens genau die daten fahren wurde übrigens angegriffen und hat schaden genommen und ja ich will mal kurz kommen wir wieder gegangen und habe einige meiner waffen ausgetauscht meine jetzigen waffen sehen so aus ich habe den big bei natürlich mitgenommen dem best friend den die calox pistole und den mvp dafür habe ich glaube ich mein scharf schützen die fernbeziehung und noch irgendwelche waffen weggepackt glaube ich habe jetzt mehr waffen als vorher und ja ich habe mal ein paar random sachen mitgenommen und ja also rüstungs mäßig und wie trage ich jetzt mal hier damit ich unmenschlich hohen schutz von 950 habe weil ich hatte ja mit meinem skelett hier dass ich trage komischerweise mehr schaden genommen als ohne dass irgendwie gar keinen sinn macht aber okay was wollen wir heute machen ich habe nur sieben versions kerne übrigens hat heißt kann sein hat irgendwann dinge ja vorab läuft und ich dann probleme krieg so dass hier bis mal noch machen würde gerne haben der daten sind eben gut wenn ich mal sicher die für ein schaden gerichtet haben die besser also ich bin nur kurz zum commonwealth zurückgegangen wird zurück und hier so bei maus zerstört ich glaube schon seit der letzten aufnahme hier diese meldungen aber was soll es ist auch schnell kaputt gehen man eigentlich meine muss jetzt mal scharf schützen wir hier ersetzen und erwarten wir ihn hier noch das ist das ja oceania ja wir warten wollten die mission machen dass wir aber dazwischen gekommen auch für 140 sachen wieder tragen das ist auch nicht schlecht also ja wenn schon denn schon weil ich das der so gewackelt hat sieht aus als wir irgendwas riesiges nicht verfolgen schlinger heiner das war schon meinen mvp vorstellt das war schon lange nicht mehr gesehen aber es hat so meine standardwaffe früher gewesen ging hat 25 prozent mehr schaden ja dein kopf schon kaputt so ein sterb der bahn habe ich nur erinnern den blöden viecher wie die mich monaten muss jetzt nicht so unbedingt sein ich habe gerade neue sachen angezogene und da ist schon eins wieder kaputt auch in die waren jetzt nicht alle voll reparieren aber trotzdem stört mich so ein bisschen die sachen kaputt gehen können also richtig kaputt gehen auch ich habe in der land mit sehr gut irgendwie über meinen gestellten gestört ja okay ist irgendwie klar kommt so ein spieler ich habe nicht so viel ist dem pfeil leute alter kann es mir nicht leisten so viel auf gott das will ich leisten so viel schaden zu nehmen ich flüchte jetzt tschüss so wie ich mal hier oben zu kriegen aber die kämpfen gegeneinander sehr gut wenn man ich glaube du kannst schießen da binu anger ich mache ich hier gar keinen schaden der regeneriert sich was ich bin hier oben hier kriegst du mich nicht bist du dich bist du dich da ist noch so ein vieh ja wie soll ich den erledigen ich noch nie im leben platt du hast noch immer nicht gelogen du bist da ich verarschen sind wir schon noch mitgenommen also der taucht einfach über mir auf ja okay regenerierende gegner ist auch kein problem für mich mein kürzchen treff aufballern aber geht jetzt nicht es ist ja steckt sich echt dahinter jetzt ich habe jetzt in den erledigen sollen er hat sich regeneriert also möglich zu töten also habe ich eine mini atomer für so ein viecher die viecher müssen jetzt nicht unbedingt noch mal auftauchen manchmal sind diese angler viecher die er erledigt hat auch bestimmt welche raus auf das ist schon mal mehr als verdächtig da gehe ich nicht hin meine gesamte rüstung schon mit einem eimer was verteidigung euch jetzt habe ich mir extra so klamotten bei einem um die zur bremen bräuchte jetzt mal stahl aluminium soll scheiß ich soll es möchte einfach jemanden bezahlen der zeit reparieren kannst du ihn follow 3 voller luxus jetzt mal so böse dinge haben new england urlauber okay so und so viele orte kunden zählen aber nehme ich an was geht na okay du sauerst gehört oder was das mission so eine waffe japon abschließt ich habe noch nie benutzt aber ich habe noch so billig produkt dinge mitgenommen willst du also ganz langsam zu mir zu hallo hat da ist noch einmal im visier ob du dann schon wieder ja und ich dachte dass es eine herausforderung sein könnte also der longfall läuft hier auch noch oben müsste ich nur immer auf mich schießen wissen wir gehen langsam dieses impact aus schießt mich aber wer schießt mich ab alter man macht mehr menschen auf du hast nicht den auch einer schau sind ich meine einst im weg wieder zurückbekommen sehr gut so habe ich ausgewählen nein 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 wenig nein nein ich verstehe keine sache wof dass das erinnert mich irgendwie an dieses rhythmenspiel von nintendo okay ich weiß nicht warum ich immer noch hat und gibt mit nehme aber egal wo ist der typ den erledigt hast ich bedinge den guten und jetzt kann ich nicht benutzen möchte verdammten ding springen ja zum monat bin ich hingekommen die end so ist noch mehr nehme ich an unser typ wenn du platt gemacht hast ich würde gerne noten ich bin bis auf die knoppen durchgefahren so oft draußen im nebel geschlagen war keine ahnung gar nicht wo der ist mit dem schläger so irgendwann auch nicht losgekommen mit dem schläger im billiard köhle meine ich selber optien da muss ich ob lang das richtig wird nichts anderes in der nähe ok gott sei dank aber ich dachte jetzt dicken würd ich hier ist doch irgendwie der tors kann ja umfliegen was ist das legendäre albino jaugoi alter wie sie war riesig aus ich habe noch nicht gar nicht ich habe noch 18 miniatum es reicht um 18 leute zu one hit killen kampf russ und aktionspunkt trotzdem vtc ich war mir großart wie sie nämlich platt gemacht er vielleicht mal anschließen sollen zu gucken ob der bobt so stark ist das ist irgendwie noch nicht abgeschlossen also hat verwirrt mich jetzt aber was sollts nichts 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 ok ouch wie ich echt nix sehne weg sind auch nichts wird dann wird schon irgendwann sein werkzeug keiner sonst werde ich leisten so viel zu bekommen ok danke durch haben ist der zweite ich habe da noch eingesehen da bin ich ganz doof ich bin auch nicht gut als gegner kommen mit dem ich kein problem 13 erreichen wir ja mal wieder über 20 simpax wir können es nur so weit kommen und so weit kommen wenn ich keine steinpax habe na gut platt gemacht einen fallsteller kann ich mir wirklich vorstellen eagles kauf aufzug wir sollen werkzeug geschaffen haben wir nicht rutsch darunter ein bisschen mehr stärke ein bisschen mehr mit dem ding ab ja ich wusste es neben sind sehr effektiv gegen cool ist das hier hellbündel und dieses leder gewiegt hat 0,5 damit vier leder für also acht leder für ein gewicht so perfekt ich dachte aber unten noch jemanden ein gut für den ruhe gerne dieses ding eröffnen also ich kann nicht kochen oder irgendwie so benutzt man nicht in dem ding drin bin in meiner power armor aber ich kann irgendwie so fein arbeiten mit haarnageln und so diesen dicken handschuhen und so machen natürlich ok ich glaube ich war es dann für die hallo da noch viel mehr von dem zeug jetzt noch zu trinken aber ja alles ausgemerzt erst mal draußen nein ok der schmack entwacht wird leider weniger zu dueln ich bin gerade mit einem kollegen quasi mono hier ja gut dass die so viel erfahrungspunkte geben gut dann ich weiß nicht ob jetzt hier draußen irgendwo ist glaubt nicht der falsche wenn ich an den jetzt bei glaubt man bloß nicht hier es gibt mir 100 erfahrungspunkte für einen absolut schwachen geht da deine arme will ich abtrennen danke erster abend der tut weh mann o gott ich werde nicht ins impact verballern gehörig um ihn ja lang macht das schon mein dessen stelle ich jetzt mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten fall von let's play von op 4 ich bleibe mich alle zuschauen sagt bis zur nächsten folge